Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Trine 3. Wir haben Bugs gehabt, Absturz und... Ja, wir könnten... Es wurde gespeichert, wir machen einfach hier weiter. Die Helden hatten viele Fragen an den unerwartet aufgetauchten Geist, der für ihr turbulentes Leben in den letzten Jahren verantwortlich war. Doch es war keine Zeit für lange Gespräche, denn die Splitter des zerstörten Artefakts mussten gefunden werden. Der Splitter, dem sie am nächsten waren, lag irgendwo im Rotholzwald, wo die höchsten Bäume der Welt wuchsen. Uh, Bäume. Waldlevel. Oh, wie schön. Okay, das muss man, ich sag, es sieht super schön aus. In 30 Jahren hat es keiner geschafft. Warum sollten ausgerechnet wir Sarek vernichten können? Wir sollten nichts überstürzen. Zuerst brauchen wir alle Teile des Artefakts der Seele, bevor wir auch nur daran denken können, Sarek oder sein Herz zu jagen. Okay. Aber wenn diese Geschichte vorbei ist, sind wir frei und können unsere Wege ziehen. Und alle sind zufrieden, ja? Also gut, von mir aus. Ja. Also, es sieht schön aus, aber dieses Level eben. Ja, 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 ich weiß. Alles klar. Ach, wir müssen da lang machen. Ja. Okay, manchmal immer noch so ein bisschen... Ah, die Cora hat es verstanden. Was? Also, der Nico ist irgendwie rüber geflogen. Ich versuche hier die ganze Zeit zu klettern wie so ein Hajo. Und du hast es dir nur einfach gemacht. Ah. Ja, ich habe es hier erfahren. Ja, ich habe es kaputt gemacht. Das Spiel. Also manchmal. Bei mir ruckelt es halt wieder. Oh. Gut gemacht. Ich mache es nicht. Oh. Yo. Ne, ein Pfutzel Erfahrung einmal mit da mitnehmen. Habt ihr irgendein Meer gesch- im Wasser geschaut? Äh, da wollten wir, glaub ich, alle gerade hin. Ach, der B wird tauchen. Dann nimmt die Punkte mit, ne? Der Rotholzwald. Die Suche nach den Splittern hat begonnen. Wow. Pontius, du bist so energisch. Entschuldigung, die coolen Höchstörungen. Boah, der ist echt hübsch. Der erinnert mich gerade an... Was haben wir letztens gesehen? Ähm, Valheim? Valheim, ja. Eiktür? Jaja, genau, Eiktür heißt der. Sorry. Ja, 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 doch, der sah sehr danach aus. Warst du hier oben, Nico? Ja, warte. Ja. Okay, du bist links, ich geh nochmal rechts gucken. Oh, hier gibt's auch noch was. Oh, ich bin voller Gegner. Ich komm zu dir. Voller Eiktürs. Und Gartenzwerge. Nico ist auch da. Okay. Äh, wir waren noch nicht beim, beim Hübsch. Ne, der chillt da hinten. Wollen wir mal kurz zu gehen? Ich hab nämlich keine Ahnung, wo's weitergeht. Ich glaube, bei ihm geht's weiter. Hm. Dann müssen wir doch tatsächlich erstmal kurz mal hier gucken und die Punkte einsammeln, weil sonst brauchen wir wieder ewig fürs Punkte sammeln. Wo seid ihr? Schnell Punkte sammeln, wir kommen gleich. Wo seid ihr? Da, wo wir eben waren, da wo wir eben waren. Rechts oben. Da, wo wir eben gekehrt haben. Okay, dann komm ich. Guck mal. Ist das jetzt richtig, Alex, oder geht's wirklich beim Hirsch weiter? Ja, das ist die Frage. Ne, ich glaub hier geht's weiter, oder? Ah, Moment. Ich geh zum Hirsch gucken. Okay. Ich glaub hier gibt's Punkte tatsächlich. Ich glaub auch hier geht's weiter, ne? Wir können uns ja zum Glück bissl aufteilen, das macht ja nix. Ne, hier vorne geht's zum Hirsch. Und da hört's dann auf, oder? Ich weiß es nicht. Ich will da jetzt nicht reinlaufen. Ich komme jetzt erst mal zu euch. Sonst trickere ich irgendwas noch. Aber du kannst hier, glaube ich, durchlaufen zumindest. Tschüss, Alex. Tschüss. Habt ihr hier im Wasser schon geguckt? Welchem Wasser? Was ist das, was du aus dem gekommen hast? Nico, du musst mehr von dem. Egal. Also wir haben kein Wasser gesehen, sagen wir es mal. Doch, doch. Also außer da, wo wir hergeschwungen sind. Aber wir haben kein... Wasser gesehen. Ich glaube, hier geht es weiter wegen dem Punkt. Was schießt ihr in die Koda? Da oben. Ne, da oben gibt es doch... Ach, das Wasser. Ah, hier waren wir gar nicht. Ne, aber hier die dicke Erfahrung, genau. Da fragst du mich, wenn du da ranfst. Hier oben. Alex? Vielleicht der Zauber? Ja, bitte. Da über uns. Das wollte ich hier. Da. Gibt es hier? Das wollte ich nicht. Komm. Ja. Sehr schön. Wollen wir doch nochmal zurück zum Hirsch? Ich habe das Gefühl, dass es dort weiter... Also nicht weiter geht. Nicht. Ja, echt auch nicht. Weil wir hatten hier eben unseren Punkt gehabt. Ich weiß ja nicht, ob da was zögert, aber man konnte da auf jeden Fall in die Richtung. Ja, das ist halt echt irgendwie... Ja, guck, da oben ist auch noch Erfahrung. Oh. Also da hinten stirbt man. Nur so als Info. Äh, jetzt müssen wir dich suchen. Wo bist du denn? Ach, da vorne. Nico, Alter. Danke. Können wir zu dem Hajo. Oh, der sieht voll schön aus. Okay. Hübsches Ding. Ja. Nichts mal wieder. Na. Entschuldigung. Ja. Wines Stimme kommt aus meinem Kopf und nicht aus dem Artefakt oder dem Buch. Faszinierend. Seit wir das Artefakt der Seele zerbrochen haben, scheint sie ihre Gedanken direkt mit uns teilen zu können. Sie kann was jetzt? Es ist ziemlich logisch. Die Artefakte sollten die Seele oder Seelen gefangen halten. Und da dieses jetzt zerbrochen ist, kann Trine den Rest der Magie des Wächters nutzen, um mit uns zu sprechen. Echt nervtötend, die ganze Zeit Stimmen im Kopf zu hören. Ich, ich, ich bin da oben. Das sind Eichhörnchen. Wo ist ein Eichhörnchen? Ich sag ja nur, guck mal, wie süß das aussieht. Oh nein. Nein. Entschuldigung. Eben. Süß. Guck mal, Nico. Guck mal. Mach da. Der sieht voll süß aus. Der sieht voll süß aus. Also tatsächlich mussten wir hier nicht drin. Also. Wie der immer schreit. So lautig erschreckt mich da immer. Das ist echt irgendwie voll der Dude. Wee. Okay. Baff. Okay. Da links oben war ich schon, Coda. Ah, okay, okay. Ich komme. Okay. Hier war, hier oben war ich auch schon. Ich war hier noch nicht. Ich weiß nicht genau, wo es weiter geht hier oben. Ja, okay. Ah ja, danke. Oh, warte mal. Kannst du die Klappe zuhalten, Alex? Wir haben einen Korb gemacht. Oh, das war nicht der Klamm. Gibt drei Punkte, das war weit genug weg. Ey, das freut mich. Also so einen Dreier zu werfen macht immer Spaß. Ein gut gezielten Spruch. Nico, was war das? Ja, ich kämpfe hier schon ein bisschen. Und schnell links, schnell links. Ah, so ein Dude. Okay, ich glaube er ist tot. Halt drauf. Ich bin einfach überdies. Wollte ausweichen und bin über die Balustrade gesprungen. Ich komme jetzt irgendwo, ja genau. Ich bin vorne runter. Ich habe das nie mal gesehen. Okay. Moment, wir brauchen einen Bau. Und ein Treffer. Tatatata. Okay. Cora? Ich frage mich nur, wofür ich das brauche. Tschüss, Nico. Guck mal, hier vor uns. Nee. Kann Cora das runterziehen oder so? Ja. Ja, ich habe nur geguckt, ob da noch was passiert. Ach, das ist ja schon. Ja, schnell bitte. Bitte schön. Ah, und jetzt müssen wir tatsächlich dann... Okay. Jetzt kannst du einfach raufschwingen, oder? Ja. Wie seid ihr denn da hin? Wir kommen so schnell. Rechts über die Rampe. Genau. Die Rampe geht ja runter. Das ist natürlich auch gut. Wollte man das mal elegant machen und dann? Oh, Moment. Ähm... Ähm... Ich habe mich doch fest... Ah, Cora landet bei Nico. Okay, noch besser. Sparen wir uns deinen Weg hier nicht. Nee, also... Ah ja, danke. Also auf der... Auf deiner Seite quasi. Ja, ja, ja. Ah, hier hast du schon geguckt. Ja, 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 ja. Sie hat sich unten festgehalten. Ja, hat sie... Entschuldigung. Ja, ich... Ich sage gar nichts. Alles klar. Aua. Oh, wir holen dich immer wieder. Ja, danke. Irgendwie schaffen wir es. Wegen dem 3D... Runde Sachen in 3D, Alter. Wieso ist das? Ja, ich... Genau, ich habe es nicht klar gesehen, wo der Kasten liegt und wo ich... Oder zie mal, zie mal das Ding hier raus. Zie mal an Zipfel. Ähm, nicht den da? Vielleicht das andere. Nee, der auch nicht. Nee, der auch nicht. Der wird sein. Oh, du musst es miteinander verbinden. Du musst rechts mit links verbinden, dann. Äh, hä? Ich habe deine Frage. Sorry. Ah, hast du schon. Oder? Hast du doch schon verbunden. Ja, unten. Ja, ja, genau. Aber ich frage mich, wofür wir jetzt den anderen brauchen. Gar nicht. Ja, oder? Ähm... Ja, gut. Der Nico hat nur... Doch. Du kannst das rechte oben auch rausziehen. Irgendwie... Was ist das? Zieh, zieh. Du musst... Ah, ja. Ach, jetzt kann ich... Okay, darf ich so rumbruch. Oh, warte, warte, warte. Ah, 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 ah. Nee, ich bin... Ich bleib stehen. Du darfst. Und am besten wieder festbinden. Eben. Ja, ich... Ich drück die ganze Zeit X. Drück X wie so ein Blödmann. Jetzt! Jetzt. Ja. Drück X. Warum springst du nach links? Ah. Muss ich zaubern. Oh, ich hab irgendwas kaputt gemacht. Ah. Nico, spring mal. Dann schieb ich uns halt rüber. So. Ja, jetzt ist das Ding halt da drüben. Äh, warte mal. Ich wollte noch was austesten. Ich land da irgendwo. Kannst du ihn holen, oder? Ja, ja, ich steh bei ihm. Ja. Aber ich seh euch grad nicht. Ich müsste ins Blinde springen. Moment. Okay. Einmal aufsteigen. Kannst du auch. Das geht nicht so einfach. Abfahrt. Oh, Mann. Danke. Wollte einmal cool sein. Auch noch. Ich glaub, dem geht's nicht mehr so gut. Okay. Joa, da kommen wir auch so rüber jetzt. Warte mal, warte mal. Ja. Wo verbrauchen wir den hier? Oh, okay. Oh, gar nichts, glaub ich. Ach, wieder Kugelspaß. Warte mal. Wir hatten doch da hinten ne Kugel rumliegen, ne? Ich glaub ja. Ach, der Püttelkasten fützig. Okay. Okay. Okay, ist doch alles gut. Ich ging da dran, aber ich... Äh, hat jemand von euch die Kugel runtergeschubst? Boah, dann kämpfen, wenn ich's hier gewischt hab. Ah, scheiße. Ich frag mich dann, woher wir die nächste Kugel bekommen. Ich weiß es, glaub ich. Komm mal mit. Ich bin halt wieder tot. Ja, ich such dich nur da. Okay. Ja. Ich denke, Nico, der will hier wieder... ...Kataster-Spiele spielen. Oder so. Wie kriegen wir die Kugel? Ich weiß schon. Warte. Kann ich das? Zack. Genau so. Ich mach' ich muss es... Ah, so. Und wie kriegen wir die Klappe hier noch? Ah, der geht von selbst auf. Ja. Der geht von selbst auf. Neeein! Nein, 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 nein! Glück im Unglück. Äh, da kommt noch eine Kugel. Äh. Oh, oh. Super, Ingo. Nicht Diesel. Oh, seid ihr auch wieder so langsam? Nee. Wie haben wir das wegbekommen? Einmal sterben. Einmal sterben. Hier, spring rüber. Ja, ja, ja. Irgendwo. Tschüss. Und soll es weg sein. Das Spiel, hab ich gehört, ist... Ja toll, jetzt landest du irgendwo. Warte, ich kann sie holen. Warte. Oh, sehr gut. Ah, die muss man miteinander verbinden. Ich kann das ausbalancieren hier. Nein, warum springst du denn drauf, wenn ich sage, wenn ich ausbolle? Ah, 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 ah. Ich dachte, das wäre so wie das vorne. Ja, also nicht. Nein, das ist okay. So, guck mal. Das kann ich... Ich... Aber ich kann das halt nicht ans andere binden. Warte, warte. Ja, ja, jetzt. Wait for it. Nein, nein, warte. Wenn ich dir sage, jetzt, dann jetzt, okay? Es ist schon... Die sind schon... Die sind schon verbunden. Nein, warte. Nein, jetzt. Sie sind schon verbunden. Wow, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Hänge hat da... Warum hängst du? Ja, weil ich das nochmal verbinden wollte ums die Rechts... Also, weil, ja... Was wolltest du... Wo wolltest du es verbinden? Enger machen wollte ich es. Eng ist immer gut. So, jetzt einmal bitte hoch. Danke, ciao. Tschüss. Keine Experimente, bitte. Never change a running system and so on. Das nenne ich nicht ein running system, Alex. Es hat funktioniert, ja? Ich warte schon mal hier. Bei mir geht es weiter, oder? Ich glaube auch. Ich werde ein Adler. Machst du was, wenn ich mal kam? Ich bin da auch hochgekommen. Nö. Doch. Oh Gott. Hilfe. Herzschlau. Tschüss. Eif. Danke, liebe Schwill, dass du mir diese behinderte Stufe erspart hast. Oh, stopp. Ist das sowieso? Nico. Ich mach gar nichts. Doch, du stehst genau davor. Vor diesem Stamm. Nico. Warum bist du das hier? Nein, Gott. Guck mal ganz kurz. So. Ich kann das Ding hier... Danke, Kocher. Ich bin oben. Ich fäll' nicht diese blöde Kiste. Ich fäll' mich da drauf. Aufnimmst los. Ich stell mich jetzt an, viel drauf. Ja, dann spring. Spring, spring, spring. Ich bin... Ich bin oben. Ja, ich nicht. Ah, ich hol' die Erfahrung. Oh, fuck. Perfekt. Alter, Digga. Dieses Spiel. Komm, komm. Leap me. Oh. Ich muss noch mal sagen, ich find das Level-Design hier grad im Wald superschön. Ja, das ist ein wunderschönes... Also, da kann man auch nix dagegen sagen. Nee, das ist nicht wirklich. Warte, ich glaub, ich kann dir was holen. Das geht auch mit diesem Baum hier. Okay. Guck, Gott, wenn du jetzt loslässt... Ich bin drüben schon mal. Ach so. Müssen wir rüber? Ja. Gut. Der Nico macht das so. Ich kann das. Ich kann das. Irgendwo dran festbinden. Hast du? Ich kenn dir versuchen, dass du... Ja, ich... Ja, ich bin dann einfach daneben gesprungen. Aber ja, ich hab das festgebunden können. Oh, oh. Ich komm nämlich jetzt nicht mehr rüber. Nico. Hm? Jemand muss rüber. Ach, Kinder, muss ich euch wieder retten. Ja, du musst die Kleine auch mal retten. Die ist wieder in ihren Tod gesprungen. Ich kann nämlich nichts kaputt machen hier. Ich hab das halt alles verbunden. Und dann bin ich daneben gesprungen. Ich war in 3D-Sehn und so. Die müssen hier rüber. Dankeschön. Ah, ist er schon. Vielleicht nicht die Dinger kaputt machen. Genau, warte. Ich würde jetzt nämlich verschießen. Da bin ich, Nico, oder? Jetzt schießt sie ins andere Level. Hey, bei mir steht durchgespielt. Sie schießt direkt in Trine 4. Cora, du musst das Bett rausziehen. Nein, nicht das. Warum ist denn da kein Sonic? Ich sterbe jetzt. Und damit muss ich jetzt was machen? Das muss ich dann machen. I see, I verstehen. Alter, wie die zwei Deppen. Alter. Wo bin ich denn jetzt gelandet? What the fuck? Wo könnt ihr mich holen? Weiß ich nicht. Wo bist du? Alter, ich würde mich erdauern. Dieses Spiel ist so verbuggt. Sie sind gerade nur gestorben, wie der Vegan 3D-Fall. Guck mal, hier, guck mal. Du kannst es da ranbinden. Ja, danke. Das macht es auch wichtig. Shit, man. Alter, dieses Drei-Mater. Sonst kann es immer durch den Holzblock rumbackt, das sei. Keep rollin', rollin', rollin'. Nein. Nein. Auf die Batschotchen gehauen. Sama, was ist da hier los? Ha. Ha, meint. Da ist ein Kitzel. Ähm, was müssen wir denn? Ah, kann man hier irgendwas ziehen? An den hier? Oh, warte mal nicht. Aha. Ich weiß, glaube ich, was ich tun kann. Ja? Ja, genau. Erstens das. Danke. Warte, warte. Nein, ich muss da hoch. Nein. Hier ist eine Kiste, Nico. Danke. Ach, guck mal. Guck dir den mal an. Den Schläger. Ich hab eben gedacht, du bist gestorben. Nee. Du bist durch die Brücke gebackt. Ja. Hopp. Na, der ist zu kurz. Oh. Was macht ihr denn heute? Der Nico. Der Nico hat heute auch einen Frosch ge... Okay, ich bin tot. Nein, noch nicht. Nicht in diesem Leben. Hey, Mann. Hahaha. Oh Gott. Kannst du da auch wegfliegen. Du musst das hier unten... Ja, genau. Guck mal, da hatten... Der ist... Der ist... Der ist... Der ist da aufgewandert. Natürlich. Hallo. Ja, bitte schön. Wir reden von der Holzbrücke. Von wirklich von... Du warst Brücke. Guck dir die Holzbrücke an? Oh, ich guck grad, ob hier noch ein Haufhaus ist bei dem Haus im Frosch. Komm mal. Du dumm. Du dumm. Du dumm. Ist schon lustig, auf so einer steifen Holzbrücke rumzuhüpfen. Hehehe. Oh, wir sind durch. Oh. Timber! Was? Ich wollte es auch grad so vorlesen. Timber! Oh Gott, wir müssen so kleine Levels noch machen. Wie viel brauchen wir denn? Und wie viel fehlt uns da? Hä? Ist das jetzt schon das letzte Level? Offenbar. Hab ich das laut gesagt? Nein! Also, wir müssen noch ein Verbindungslevel spielen. Wie viel brauchen wir denn hierfür? Äh, 900. Und wie fahren wir? Ähm, 842. Ja, das klingt machbar dann auch. Da kriegen wir nur 25. Ja, müssen wir halt zwei, dreimal machen. Ja, müssen wir halt zwei, dreimal machen. Ja. Können wir doch bestimmt häufiger tun, oder? Kleiner Ritter. Du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen sind echt. Komm her. Boah, ich mach mich platt alleine. Hey, Diggi, komm her. Kleiner. Oh, ich bin tot. Kannst du uns holen? Oh, du bist tot. Okay, ich wollte gerade einspringen. Die machen diese komischen Dinger auf den Boden. Ist One-Shot. Du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen müssen... Oh nein, ist so gut. Das ist ja nicht so gut. Sorry. Sorry. Das ist ein Lade, Nico. Das ist ja nicht so gut.